Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anleger- oder Finanzberater, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich spreche, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Und ja, eigentlich gibt es am Sonntag oder am Wochenende nicht so viel News. Ich finde aber so ein, zwei Sachen sind ja sehr interessant, die ich natürlich mit euch teilen möchte. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch alle einen schönen, sonnigen Tag, denn nächste Woche soll ja rein vom Wetter her das nicht so pralle werden, aber die Zeichen bei AMC stehen auf Bullish. Und was, bevor ich da einmal drauf zu sprechen komme, was ich im Prinzip wichtig finde für heute, sehen wir uns einmal kurz den Kurs an, denn bei Lang & Schwarz, die meisten von euch kennen es ja, kann man am Sonntag handeln. Eine bestimmte Uhrzeit und aktuell 28,43, ein Plus von 12 Euro Cent und ein Plus von 0,42%. Handelsvolumen eben nicht so stark, ist klar, ganz wenige handeln am Wochenende. Und ich muss immer wieder und immer wieder dazu sagen, diesen Kurs auch gestern, man darf hier nicht zu viel rein interpretieren. Das heißt noch lange nicht, dass morgen der Kurs hier durch die, oder steigen wird. Es ist aber natürlich immer so ein leichter Vorgeschmack, in welche Richtung könnte es gehen. Dann bei AMC Stock, ihr kennt ja die Gruppe oder das Forum, die Mitgliederzahl wird immer und immer mehr. Was wirklich sehr stark ist, das zeigt einfach weiterhin, wie stark nachgefragt dieses Unternehmen, diese Aktie ist. Egal von fundamentalen Daten jetzt erstmal, also das mal komplett auf der Seite lassen. Aber wäre es nicht so, würden auch zum Beispiel, das sehe ich selber auch mit, meine Abonnentenzahlen nicht wirklich jeden Tag steigen. Also das zeigt einfach, dass die Interesse oder bei Neulingen immer noch vorhanden ist. Dann gibt es nämlich ein, zwei Artikel, die möchte ich euch wirklich vorstellen. Und zwar habe ich auch gestern, vorgestern die Nachrichten bekommen, Alex, 1000 Dollar, das wird doch niemals klappen. Wir können froh sein, wenn wir bei 500 landen. Und ich sage immer, rein theoretisch kann das ins Unendliche gehen. Praktisch ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie lange halten wir alle. Aber, und da komme ich jetzt einmal auf den Artikel zu sprechen. Erstmal, die Amerikaner sind viel, viel extremer in diese Aktie investiert als wir. Also das ist einfach so. Und die Amerikaner müssen viel mehr Steuern bezahlen als wir. Ich finde ja schon, dass die deutsche Steuer schon sehr viel ist, aber bei den Amerikanern ist es noch viel mehr. Und sie haben eine Hasskappe auf 2008 und dementsprechend natürlich allgemein auf den Hedgefonds. Und dieser Ape hier spricht zum Beispiel, dass 50.000 pro Aktie das Minimum sind. Und ja, warum? Und zwar, er sagt, alles ist manipuliert. Absolut richtig. Wir sind, ja wir sind wirklich, wir haben schon sehr viele psychische Attacken bekommen. Wir haben uns gegenseitig ein bisschen gehatet, würde ich sagen, ein paar Mal aneinander geeckt. Obwohl wir alle Anleger die gleichen Ziele verfolgen, sind vom MSM belogen worden. Es ist die größte geschortete Aktie jemals in der Geschichte. Und die Hedgefonds wollten AMC oder es war das Ziel, dass diese im Prinzip vernichtet werden sollen. Und wir kämpfen alle seit Monaten, haben mit unseren Emotionen und Gedanken gespielt, werden vom Konzern angelogen und unser Geld wird gestohlen, während sie von den 1% bespuckt werden. Und ja, darum sagt er, wir sollten einfach hier wirklich durchhalten, weiterhin halten. Also der Beitrag hier, der hat wirklich ganz, 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 ganz oder stand fast ganz oben bei AMC Stock, bei dem Reddit Forum. Denn hier ist es wirklich so, warum sollte man nicht weiter halten? Also ich werde fast jeden Tag motivierter, obwohl der Kurs fällt. Es ist auch so wieder bei mir, ich freue mich schon so dermaßen auf morgen, dass die Börse endlich wieder aufmacht. Heute muss ich sagen, in meiner Telegram-Gruppe, es ist das erste Mal, wo es wirklich sehr, sehr ruhig ist. Also war fast erschrocken. Da möchte ich dazu sagen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, einfach gerne abonnieren klicken, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr hier keine Videos mehr. Jeden Tag kommt ein Video oder meistens kommt jeden Tag von mir ein Video raus. Also gerne abonnieren. Und ein weiterer Artikel ist der Pre-Market-Strees. Um das zu verstehen, schreibt er, gibt es drei Dinge, die nicht widerlegt werden können und harte Fakten sind. Und zwar der erste Punkt, die USA haben in den letzten acht Monaten 40% des gesamten Geldes gedruckt. Und ja, wenn ein Hedgefonds ein Margin fordert und die erforderliche Liquidität nicht aufbringen kann, wird die DTCC die Hedgefonds dazu zwingen, ihre Positionen, vorhandene Positionen zu schließen. Und dafür behalten sie auch Long-Positionen von den Hedgefonds als Sicherheit ein. Das wird meines Erachtens wirklich auf jeden Fall passieren. Dann dritter Punkt, die Regierung will natürlich keinen Notverkauf des gesamten Aktienmarkts, da dieser wirklich um 20 bis 60% einbrechen könnte. Ist natürlich nicht sicher gesagt, aber es würde auf jeden Fall extrem zu einer Korrektur kommen und das möchte natürlich keiner. Wenn man sich mal überlegt, Apple, Google, Amazon oder andere Aktien, wenn die 30, 40% verlieren, das möchten die natürlich nicht. Und es ist völlig egal, ob jetzt AMC 300, 500, 800, 1000 Dollar oder sonst was steigen wird, aber er geht davon aus, dass man es erkennen wird, dann, wenn vorbörslich wirklich ein enormes Volumen zustande gekommen ist. Und ja, er spricht von 20 Milliarden Dollar Gewinne auf 4 Millionen Affen zu besteuern. Wer jetzt nicht nachkauft, ja es ist noch spottbillig, 800 Dollar selbst für ihn sind spottbillig. Und das ist wirklich so, was ich eigentlich auch sage. Das Geld ist vorhandene. Ja, keine Frage, es verschiebt sich nur. Und die Hedgefonds, alles was sie jetzt gerade machen, sie kämpfen mit den letzten Zuckungen, würde ich sagen. Denn sie haben meines Erachtens, meine persönliche Meinung, keine Anlage oder Kaufempfehlung, haben verloren. Das sage ich einfach, das sieht man auch an der Krisen-Community, die hier dahinter steckt. Es sind nicht nur 5 oder 1000 oder 100.000, es sind viel, viel mehr. Und alle Fakten sprechen halt dafür, dass wirklich hier einiges passieren wird, sehr schnell. Warum sage ich sehr schnell? Ich habe vor zwei oder drei Tagen ein Video gemacht oder vor einer Woche, ich weiß gar nicht mehr, dass ich mir vorstellen könnte, es kann oder könnte bis nächstes Jahr dauern. Ja, bin ich eigentlich fast immer noch davon überzeugt. Was ich aber glaube, ist, dass es sehr, sehr kurzfristig auf die 100 oder 200 Euro hochgehen könnte. Beziehungsweise Dollar. Spielt aber erstmal keine Rolle. Ich rechne aber immer noch damit, dass es zum Dip kommt, diese Woche, nächste Woche. Hatte ich auch letzte Woche gesagt, ich hoffe es tatsächlich. Aber wenn nicht, umso besser. Und dann glaube ich wirklich, dass im September, Oktober wir wirklich eine enorme Kurssteigerung sehen werden. So viele neue Regelungen, die rausgekommen sind, die jetzt natürlich erstmal umgesetzt werden müssen. Aber auch die Margin-Anforderungen, dass sehr viel Liquidität vorhanden sein muss, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass es keine Naked Shorts mehr geben soll, dass ein Schiedsrichter sich einschaltet, zwecks dem Darkpool. Also im Prinzip alles, was die Hedgefonds aktuell zur Manipulation tun, wird demnächst entweder total verboten sein oder es wird überwacht. Wichtiger natürlich ist an diesen Geschichten, dass es auch wirklich verboten oder überwacht wird. Aber durch die extreme mediale Aufmerksamkeit hat die SEC keinerlei Chance, hier nicht wegzugucken. Sie wollen natürlich keinen Marktcrash haben oder einen Notverkauf, gar keine Frage. Wenn man sich mal vorstellt, Amazon, Google oder sonstige verlieren auf einmal 10, 20 oder 30 Prozent. Das wäre schon wirklich enorm und würde zu extremen Panikverkäufen führen. Deswegen, das werden die auf jeden Fall nicht zulassen und dementsprechend glaube ich halt wirklich, dass wir sehr, sehr, sehr kurzfristig die 100, 200 oder 300 Euro sehen werden. Wichtig ist hier natürlich zu sagen, damit man weiter durchhalten kann, ich werde bei diesen Summen nicht verkaufen, weil ich einfach von viel, viel mehr rechne. Und so wie er schreibt, 1000 sind für ihn lächerlich, selbst 50.000 Euro oder Dollar pro Aktie sind lächerlich. Und mittlerweile, ja ihr wisst es, ihr könnt gerne mal mein Exit-Video angucken. Ich werde wohl nächste Woche nochmal eins machen, denn ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir hier viel, also ja nicht viel höher, aber ich glaube meine Exit-Strategie auf jeden Fall überdenken muss. Und einige, ja Limit-Orders, die ich gesetzt habe, auf jeden Fall noch höher ansetzen muss. Aber ich habe ja nicht, meine ganze Anzahl habe ich nicht nur Limit-Orders, sondern ich würde dann auch auf jeden Fall manuell verkaufen. Aber ich bin mittlerweile wirklich überzeugt, dass vielleicht nicht 700.000 oder 600.000 Dollar erreicht werden kann, aber schon einiges höher als 1000 Dollar. Und zum Abschluss noch ein lustiges Bild. Wie erkenne ich einen Paper Hand nach dem Mother of Screes? Ihr seht es hier, Ferrari, 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 Fiat. Das soll wohl der Paper Hand darstellen. Einfach nur als Abschluss, ich fand das Bild wirklich sehr lustig. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Und dann lasst uns nächste Woche hier einiges rocken. Bis dahin.